Herzlich willkommen bei S21-BauTV. Heute machen wir wieder einen Rundgang rund um den Stuttgarter Hauptbahnhof. Zuerst ein Blick in den Bereich des Verbaus der Baulogistikstraße A. Die nächste Ankerlage wird gesetzt. Hierzu laufen die Vorbereitungen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Sollte Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020